Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen. Ich möchte heute unseren Hannes Ringelstädter als Gast begrüßen. Ja, wir sind bloß ein paar Meter weg von unserem Hagen in Straubing, wo ja normal jedes Jahr ein Sky-Wooden-Volksfest in Straubing stattfindet. Leider müssen wir uns noch mal 365 Tage länger darauf freuen. Es geht erst nächstes Jahr los. Hannes, was sagst du dazu? Eine der schlimmsten Sachen ist, dass wir normalerweise wirklich sehr gut aufs Volksfest gehen können, beide auch zusammen. Wir können wirklich sehr lustige Zeit verbringen und das ist uns jetzt heuer nicht vergönnt. Aber ja, furchtbar ist es halt irgendwie, oder? Also irgendwie ist es schlimm, weil man halt so gar nicht weiß, was macht man jetzt da in diesem August genau. Aber wir kriegen das schon hin. Wir freuen uns halt ein Jahr länger. Du bist ja nicht so der Liedenhosenträger, weil du bist nicht so der. Nein, aber das ist, ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man so ein Kind der 80er ist, so wie ich, da war das überhaupt nicht so. Also wie wir mit 15, 16, 17 aufs Volksfest gegangen sind, hat keiner Trachtung gehabt. Niemand. Das waren, das war damals nicht so. Und dann auf einmal ist das aufgekommen und dann denke ich mir, was ist denn jetzt los? Ich bin ja erstmal total der Schrocker, weil mir gedacht, da sind jetzt alle in den Trachtenverein eintreten oder was, das habe ich überhaupt nicht mitgekommen. Aber ich bin das nicht. Also ich finde, mir gefällt das total gut und ich schaue mir das wahnsinnig gern an, aber ich bin es einfach nicht. Und dann finde ich, finde es auch komisch, wenn man so faschingsmäßig das macht. Das finde ich irgendwie unglaubwürdig. Wenn es jemand spürt, dass er das ist und zieht das gern an, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich habe das nicht. Ich habe noch nie den Trank gehabt, eine Lederhose anzuziehen. Außer ich hatte, mein Vater hat mir zu meinem 18. Geburtstag eine geschenkt, so eine lange, so eine schwarze, eine sehr schöne. Und die habe ich eine Zeit lang getragen, weil das halt praktisch war. Weil du hast einsauen können und hast nicht waschen müssen, abwischen und gut was. Das Konzept habe ich immer verstanden. Ja, das ist schon gut. Also da kenne ich auch ein paar Freunde, die so richtig urige Lederhosen noch von den Eltern haben, die du schon hinstellen kannst, die steht von allein. Super. Das ist schon cool, die Tradition. Wenn wir gerade von Kindheit reden, ich habe letztens überlegt, was ich mir immer am meisten gefreut habe als Kind oder was so meine erste Erinnerung war. Und ich weiß, mein Opa, der hat mir immer 20 Chips in der Düden vom Kinderkarussell gegeben. Ich war da happy, ohne Ende. Ich habe mich immer gefreut, wenn mir der Opa die Düden Chips gegeben habe. Und dann bin ich da gefahren wie eine Nahrische, bis man schlecht war. Damals ohne Alkohol, heute mit Alkohol und ohne Karussell. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich mit meinen Eltern am Volksfest war, habe ich nur eine Sache machen darf eigentlich und das war schießen. Und zwar bei diesem einer Schießstand, wo du gar nichts gewinnen kannst, sondern wo nur diese Figuren sind, dieser Klavierspieler. Ganz kennst du diesen Stand? Die, wo auch so spritzt, der andere da. Dieser Pinguin und so. Das fand ich wahnsinnig lustig. Das mache ich heute noch mal. Wenn ich am Volksfest gehe, dass ich dann immer an den Stand gehe und einmal diesen komischen Klavierspieler wieder zum Spielen bewege. Aber sowas finde ich super. Ich habe festgestellt, dass es gar nicht, ich muss, also fahren kann ich nichts mehr. Mir wird wahnsinnig schlecht. Also ich kann keine Achterbahn mehr fahren oder sowas. Ich finde es schön zum Anschauen. Man wird aber tatsächlich jetzt beim Zuschauen schon schwindlig. Also ich bin schon auf der anderen Seite angekommen. Ich kann schon, wenn ich da rauf schaue in so ein Looping oder so, denke ich, boah, nein, das geht nicht, das geht ein Bier drüber. Hast du eigentlich, ja okay, bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig rundum zu können, inkognito. Aber bei mir ist es so, mit der Familie geht man immer Runden, dann schaut sich ein Feuerwerk an. Ich schieße auch noch immer gern, ich los einmal. Also ich schaue persönlich immer, dass sich alles so typischerweise abklappert, also jetzt nicht so streng. Nein, nein, weil das halt so ein Ritual ist. Hast du da auch noch was, wo du jetzt sagst, du schierst jetzt auch noch? Ja, ja, es gehört in einem Schierstand losen. Da bleibe ich immer einmal stehen und schaue, ob sich neue Sprüche ausgedacht hat. Dann gehe ich immer vorbei bei dem. Den finde ich immer noch super. Ich finde, allein die Idee finde ich Wahnsinn, wenn man das mal setzen lässt, dass man da steht und die ganze Zeit nur pfeift und Blätter herrät und kriegt Geld dafür. Das ist eigentlich Wahnsinn. Eigentlich genau das, was ich auch mache. Komische Idee. Und, aber ich muss nicht pfeifen schauen. Und nein, ich gehe halt auch immer an den selben Ort, aber das bin ich in allen Sachen so. Ich bin ja auch so ein Stammkundentyp überhaupt. Ich gehe immer gerne an die selben Orte. Ich fahre gerne, was mir mal gefallen hat, fahre ich auch gerne wieder hin. Und an der Volksfest ist es auch so. Ich habe bei diversen Festwirten einen Tisch, wo ich mich setzen kann mit meinen Freunden. Das ist wunderbar. Ja, du bist ja auch vorne unterwegs und ich muss auch, was heißt gestehen, man geht natürlich auch mal auf die Wiese, man geht einmal auf ein anderes Fest. Total super. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich finde, dass in Straubing ein anderes Gefühl ist, wie es woanders ist. Oder was findest du da den Unterschied? Also ich glaube, das Erste, was man dazu sagen kann, ist es halt Heimat. Ich glaube, dass das jetzt gar nicht mal so in dem Fest selber liegt, sondern das Gefühl, dass man halt selber dafür hat. Das ist mal das Eines ist halt Heimat. Zweitens glaube ich, wenn man es halt von früher auch noch kennt, dann sehe ich das Volksfest immer noch so wie früher. Mir fällt das gar nicht auf, dass da Abendszeit gibt. Für mich ist das immer noch gleich, weil es sich eben für mich gleich anfühlt. Ich mag die Wiesen zum Beispiel schon. Also ich bin wahnsinnig gern auf der Wiesen draußen. Also ich finde diese großen Biergärten, ob das jetzt der Augustiner ist oder eine andere, das finde ich was total tolles, weil du da wirklich dir begegnest, so mit Menschen aus der ganzen Welt. Das finde ich großartig. Das hat Straubing nicht. Das ist dieses, sagen wir mal so, Multikulturelles. Aber dadurch, dass für den Niederbayer der Oberpfälzer ja schon multikulturell ist in der Ansage, ist es dann doch wieder multikulturell. Also ich finde, ich glaube trotzdem immer noch, dass es einen Unterschied gibt. Und zwar, dass alles, was am Geilbodenfest entsteht, von Leid von hier ist. Und auch wenn das auf der Wiesen immer wieder gesagt wird, aber wir wissen alle, Paulaner ist ein Weltkonzern und das hat nichts mehr mit München zu tun oder sehr wenig. Aber hier, ob das die Brauereien sind oder ob es die Wirte sind und auch viele der Schausteller sind, wenn das nicht gerade das fahrende Gewerbe ist, hat es immer noch eine Verwurzelung zu hier. Und du kennst halt den Festwirt auch persönlich, weil der vielleicht mit dir in die Schule gegangen ist. Und das ist ein großer Unterschied. Und du kennst einen Schenk irgendwie, mit dem du ministriert hast. Weißt du schon, das ist, glaube ich, eine Bindung, die den Straubing Gott sei Dank immer noch aufrechterhalten wird. Das finde ich super. Ja, das finde ich auch schön. Ja, jetzt krieg ich so richtig Lust aufs Volksfest, muss ich gerade sagen. Was würdest du jetzt essen? Was würdest du essen? Eine Schwammerlbrühe mit Semmelngnädel. Das ist das bei ihr. Also, ich weiß nicht, mit keiner, die ist da gar nicht richtig am Volksfest. Immer nur ihre Schwammerl. Immer, kannst du mir Schwammerlbrühe mit Semmelngnädel? Ja, Entschuldigung. Aber das ist gut, das ist gut. Ich habe die auch gegessen, letztes Jahr. Oder ein Lingerl. Ein Lingerl? Ja, Entschuldigung. Das ist hart. Das ist super. Nein, das schaffe ich nicht. Das ist sau lecker. Nein, ein Lingerl. Ja. Du bist ja, das ist ja fast. Hör auf, jetzt ist mir schlecht. Einen Lingerl finde ich wirklich widerlich. Das finden sie so viel. Nein, also Lingerl. Ich darf nicht drüber nachdenken, was es ist. Du musst drüber nachdenken. Ich stelle dir im Namen, was es ist. Ich versuche mich immer noch gesünder und nachhaltiger zum Ernähren, aber ab und zu. Mit Lingerl hast du dir deine ganze Bilanz zusammen, über ein halbes Jahr. Ja, und dann kann ich wieder 360 Tage, nein, beziehungsweise einfach zehn oder elf Tage weniger, muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Ja, Tomaten muss auch immer essen. Ja, genau. Ich bin ja schon gespannt, was dann am 13. August 2021 am Galbenfest anders ist. Nicht nice gibt, aber ich glaube, dass es hundertprozentig anders sein wird. Ich glaube ja. Und vor allem vom Feeling her. Nicht, dass wir uns brutal noch narrischer gefreien wie sonst. Doch, das glaube ich schon. Ich glaube, dass der erste Tag wieder ein kollektiver Untergang wird. Ja, das glaube ich auch. Mit alle essen Lingerl wahrscheinlich. Nein. Was machst du als erst am Pfiffsfest? Ich kaufe auf jeden Fall erst einmal ein Bier. Das glaube ich. Das ist ein sehr gutes Vorhaben und ich glaube, so verabschieden wir uns jetzt. Genau. Weil wir brauchen jetzt Trinken aus zum Trinken. Danke dir, Hannes. Gerne. Auf jeden Fall. Ja.